Zwei Sieger des ersten Spieltagstreffens vor über 1000 Zuschauern in der NGN Arena aufeinander. Der heimische TSV-Aubstadt, Tabellenführer nach dem 3 zu 0 Q in Fürth, empfängt Aufsteiger Eintracht Bamberg. Die Domreiter feierten dank einer leidenschaftlichen Defensivvorstellung einen 1 zu 0 Sieg gegen Illertis. Zwei offizielle Duelle gab es bis dato. In der Saison 2015-16 in der Bayernliga Nord gewann jeweils die Heimmannschaft. Von Beginn an übernahmen, wie erwartet, die rot-schwarz gekleideten Grabfelder das Kommando. Und der erste ernsthafte Versuch aufs Tor war dann auch gleich drin. Leonhard Langhans verwandelt nach sieben Minuten einen Freistoß direkt. Allerdings schien dieser nicht ganz unhaltbar für Fabian Dellermann. Auch in der Folge die Unterfranken-Dauergastin der Bamberger Hälfte. Allerdings ohne vorerst einen weiteren zwingenden Abschluss hinzubekommen. Die Gäste verteidigten genau wie gegen Illertissen äußerst diszipliniert und boten kaum Lücken an. Deshalb verpuffte das Hauptstädter Powerplay auch immer wieder ergebnislos. Selbst konnte die Eintracht allerdings überhaupt nichts nach vorne generieren. Quasi mit dem Pausenpfiff dann tatsächlich nochmal ein Abschluss der Hausherrn durch Max Scheeback. Dellermann mit etwas Mühe, letztlich hat er aber das Leder. Halbzeit stand somit 1 zu 0. Durchgang 2 begann genau wie der erste mit einem frühen Freistoß. Diese jedoch bei Weitem nicht so gelungen. Die Domreiter nun insgesamt schon deutlich aktiver. Sie mussten ja auch was tun. In der 53. Minute kommt der eingewechselte Julian Sperling zu Fall. Schiri Simon Schreiner stand aber hervorragend und breitete sofort die Arme aus. Auf der anderen Seite eröffnete dies aber auch ein paar Räume mehr für die Grabfelder. So wie in der 61. Minute, da kommt die Kugel glücklich zu Christopher Biber. Der wird geklammert von Felix Popp. Schreiner bleibt da gar keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Zudem gibt es noch Rot für Popp wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Der gerade frisch eingewechselte Mike Dellinger schnappt sich das Leder und verwandelt souverän zum 2 zu 0. Das roch doch nun schon stark nach Vorentscheidung. Zumal die Hausherrn in Überzahl war es am Drücker blieben. Und Dellinger nur drei Zeigerumdringen später sogar mit der Chance auf den schnellen Doppelpack. Auch weiterhin stellte sich eigentlich nur noch die Frage, wie hoch der Hauptstädter Sieg wohl ausfallen würde. Kopfball hier des eingewechselten Marco Nick. In der Schlussviertelstunde tat sich da nicht mehr gar so viel, bis auf diese Riesenchance von Joker Marvin Weiss. Ganz kurz vor Schluss, am Ende blieb es beim 2 zu 0. Das Resümee ist, dass wir versucht haben, wieder leidenschaftlich zu verteidigen. Dass wir alles reingeworfen haben, durch zwei Standardsituationen dieses Spiel verlieren. Auch in Unterzahl, finde ich, sehr fleißig waren. Trotzdem haben wir versucht, die Räume zu schließen. Und dann ist es, glaube ich, auch am Ende des Tages ein Qualitätsunterschied, der da war. Trotzdem haben meine Jungs alles mit Herzblut versucht auszugleichen. Und dann kann ich auch mal 2 zu 0 verlieren. Es war auch sehr schwierig, Chancen rauszuspielen. Uns hat auch ein bisschen die Überzeugung gefehlt, dass wir diese Wege trotzdem machen, um den Gegnern auch ein bisschen zu binden und auch ein bisschen die Optionen dem Ballführenden zu geben. Und ich glaube, von daher bin ich absolut glücklich und absolut zufrieden. Optimaler Saison-Einstand für den TSV Hauptstadt mit 6 Punkten und 5 zu 0 Toren. Die Bamberger Bäume wachsen trotz seiner defensiv erneut sehr soliden Vorstellung vorerst nicht weiter in den Himmel. Fanfreundschaft auf den Rängen. Auf dem Platz geht es dagegen knallhart um Punkte, beziehungsweise den ersten Sieg der noch jungen Saison. Die beiden Unentschieden zum Auftakt sorgten für unterschiedliche Stimmungslagen. Während die Augsburger U23 ganz in weiß mit dem späten 1 zu 1 bei Tökücü sehr zufrieden sein konnte, war der torlose Würzburger Auftritt gegen Aufsteiger Memmingen zumindest ergebnistechnisch schon enttäuschend. Dennoch darf beim ersten Auswärtsmatch der Saison vor rund 600 Zuschauern in der Rosenau die gleiche Startelf wie in der Vorwoche ran. Und die rechtfertigte das Vertrauen von Anfang an. Das Geschehen zunächst zwar noch relativ ausgeglichen, nach einer Viertelstunde spritzt dann Salio Sané aber in einen heimischen Einwurf, braucht dann aber einen Tick zu lange mit dem Abschluss, sodass Marcel Lubick gerade noch parieren kann. Doch mit dieser Aktion rissen die Kickers das Zepter dann komplett an sich und gingen in der 27. Minute verdient in Führung. Gleich zweimal kommen die Gäste da nach einer Ecke zum Kopfball und Marius Wegmann netzt dann völlig freistehend ein zum 1 zu 0. Kurz darauf hätte der 24-Jährige dann beinahe sogar den Doppelpack geschnürt. Wieder kommt er nach einer Ecke relativ ungestört an den Ball, setzt diesen aber knapp neben den Kasten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann auch mal ein Lebenszeichen der Hausherren, doch der Distanzschuss von David Deger kein allzu großes Problem für Vincent Friedsam. Ansonsten hatte der Vizemeister aber alles unter Kontrolle und er spielte sich vor der Pause noch die ein oder andere Möglichkeit. Richtig zwingend wurde es aber nicht mehr. Deshalb springen wir gleich in Durchgang 2 und da gab es kein langes Abtasten. Im Gegenteil, nur 34 Sekunden nach Wiederanpfiff verwertet Benjica Kassiel am langen Pfosten die Flanke von Dardan Karimani zum 2 zu 0. Optimale Auftakt also für den Favoriten, der mit der Zwei-Tore-Führung emulten, danach allerdings etwas den Fuß vom Gaspedal nahm und dem Bundesliga-Nachwuchs die Initiative überließ. Lukas Ehrlich hätte das in der 52. Minute beinahe mit dem Anschlusstreffer bestraft. Die Pickers in der Folge fassten nur noch nach Standards gefährlich, was jedoch nichts daran änderte, dass sie nach wie vor alles im Griff hatten. Zumal die Heimelf ihre wenigen aussichtsreichen Gelegenheiten, wie hier in Person von Moritz Kaube, weiter nicht optimal ausspielte. Und spätestens als dieser Freistoß von Lukas Eigner in der Nachspielzeit in den Augsburger Abendhimmel segelte, waren auch die letzten Zweifel am unspektakulären, aber zweifellos hochverdienten Würzburger Sieg ausgeräumt. Erfahrtet ist, dass wir heute gegen einen Top-Gegner verdient 2 zu 0 verloren haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit gab es einmal eine Phase, wo wir so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel hatten, so eine kleine Dynamik auf unsere Seite gezogen haben. Das wäre spannend geworden, wenn wir es 2 zu 1 gemacht hätten. Was hätte dann noch entstehen können? Aber unterm Strich, wie gesagt, gegen einen Top-Gegner, der vor allem die erste Halbzeit sehr, sehr dominant gespielt hat, auch viele Momente vor unserer Kiste hatte, wo wir mit Glück nur mit einem 1 zu 0 in die Kabine gegangen sind, haben wir heute verdient 2 zu 0 verloren. Gutes Spiel von uns heute. Ich denke, dass wir insgesamt sehr, sehr wenig zugelassen haben, dass wir auch zu Recht zu 0 gespielt haben. Und vorne haben wir uns schon Chancen rausgespielt. Das Manko war heute, dass wir nach dem zweiten nicht das dritte Tor gemacht haben und so den Deckel früh drauf. Deshalb war es auch bis zum Ende so ein bisschen eng. Aber ich denke, insgesamt gute Leistung und verdient das Sieg von uns. Würzburg holt also dank einer reifen Leistung den ersten Saisonsieg und sorgt damit für etwas Ruhe im Umfeld. Der FCA-Nachwuchs muss seine Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Gegner einfahren. Die Startaufstellung für das Dölbe gegen Tegücü München dürfte Holger Seitz viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Weil neben den beiden Top-Talenten Paul Wanner und Arjan Ibrahimovic vier weitere Stammkräfte der Bayern-Amateure die Asienreise der Profis mitmachen, muss der 48-Jährige seine Stammformation ordentlich umbauen. Zumal auch noch Kapitän Timo Kern im Vergleich zum 3-zu-3-Auftakt in Burghausen fehlt. Tegücü in hellblau dagegen schickte die gleiche Startelf wie beim 1-zu-1 gegen Augsburg aufs Feld. Die nominellen Gäste im Grünwalderstadion gingen also als leichter Favorit in diese Partie und wollten das von Beginn an auch klarstellen. Gleich in der dritten Minute bekommt Albano Gashi die erste dicke Möglichkeit des Spiels, setzt seinen Kopfball aber knapp rechts vorbei. Nur wenig später gleich die nächste Chance für die Gäste. Eine Ecke von Gashi segelt durch den kompletten Strafraum, aber eben auch an Freund und Feind sowie den Kasten von Benjamin Balles vorbei. Dieser stand dann auch zwei Minuten später im Mittelpunkt. Emre Tunsch läuft da alleine auf den FCB-Schlussmann zu, legt sich die Kugel vorbei und kommt dann zu Fall. Schiedsrichter Asad Nohum zeigt sofort auf den Punkt. Routine Kevin Hingerl nimmt sich der Sache an und verwandelt souverän zur verdienten Führung für die Neu-Perlacher. Die zusammengewürfelten Bayern-Amateure falten überhaupt nicht in diese Partie, ganz im Gegensatz zu den Gästen. Maximilian Bärwein packt da in der 24. Minute einen echten Hammer aus, trifft aber nur das Außennetz. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin bis zur 38. Minute. Lovro Zwonarek wird da über rechts auf die Reise geschickt und bringt dann die perfekte Hereingabe in die Mitte auf Lukas Copado, der den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellt. Mit der ersten richtigen Gelegenheit gleichen die Hausjahren hier diese Partie aus. Mit diesem aus Bayerns Sicht doch etwas schmeichelhaften 1 zu 1 ging es dann auch in die Kabinen. Durchgang Nummer 2 begann dann ähnlich wie der erste mit Tegücü im Vorwärtsgang. Der eingewechselte Halle Dielmas nimmt sich die Kugel in der 51. Minute schön an und schlenzt das Leder dann mit dem zweiten Kontakt wunderschön in den Winkel. Der Joker sticht nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung. Und der Neuzugang vom Absteiger Pipinsried hatte gleich Bock auf einen weiteren Treffer. Doch diesmal landete ein Schuss knapp rechts neben dem Tor. Wie in der ersten Hälfte steigerten sich die Bayern-Amateure dann aber mit zunehmender Spieldauer und auch einsetzendem Regen. Bei einer butterweichen Flanke steht Lukas Copado dann völlig blank in der Mitte, scheitert aber am starken Keeper Sebastian Kolbe. Kurz darauf unterbrach Schiri Nohum die Partie für ein paar Minuten wegen des Unwetters. Und die Hausherren blieben anscheinend gedanklich auch in der Kabine, denn nur wenige Sekunden nach wieder am Pfiff unterläuft Luca Denk dieser kapitale Fehler. Stefan Maderer bestraft das eiskalt mit dem 3 zu 1. Damit sticht der nächste Joker für Tegücü. Trainer Alpakaia Buna heute also mit einem besonders glücklichen Händchen. War's das schon für die Bayern-Amateure? Zumindest probierten sie es nochmal. Zwanarek in der 84. Minute aber nur mit einer Mischung aus Torschuss und Flanke, die ungefährlich am Tor vorbeikullert. Und auch die letzte Chance konnten die Hausherren dann nicht in ein Tor ummünzen. Benedikt Wimmer setzt seinen Kopfball knapp vorbei. Das letzte Wort hatte dann aber nochmal Tegücü. Nach einer schönen Kombination in der Nachspielzeit trifft mit Benedikt Laverti der dritte Joker an diesem Abend zum 1 zu 4 Endstand aus Bayerns Sicht. Ja, das 0 zu 1 eigentlich aus einer total kontrollierten Situation. Das 0 zu 2 ebenfalls mehr oder weniger selbst geschossen. Okay, wir sind unter Druck gesetzt worden. Aber wir haben eigentlich über das ganze Spiel hinweg in diesen Drucksituationen die falschen Entscheidungen getroffen. Sowohl das dritte Tor als auch das vierte Tor müssen wir uns eigentlich selbst zuschreiben. Die Anzahl der Torschassen an sich für Tegücü war relativ gering, meines Erachtens. Ich glaube, unser Torhüter hat keinen Ball halten müssen. Also jeder Schuss war im Prinzip drinnen. Und von daher ist es für uns ein großes Thema, dass wir hinten einfach stabiler stehen und auch unter Stress zukünftig bessere Entscheidungen treffen, als wie es heute der Fall war. Ja, ich denke, ein überzeugender Sieg heute gegen den FC Bayern München. Gerade in der Anfangsphase haben wir wirklich sehr vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Schießen dann auch ein frühes Tor. Meiner Meinung nach müssen wir vielleicht sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen. Und dann ist so Mitte der ersten Halbzeit fallen wir ein bisschen runter im Spiel, was wir uns eigentlich, was wir nicht, was uns nicht passieren sollte. Und dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit nochmal zusammen geschweißt und wollten unser Spiel wieder durchdrücken. Und das ist uns, glaube ich, in den zweiten 45 Minuten sehr gut gelungen. Und ich denke auch, ein verdienter Sieg auch mit der Art und Weise sehr, sehr gut. Und wir freuen uns natürlich über die drei Punkte und über den Derbysieg. Tugütschis Joker entscheiden also dieses Münchner Derby und besorgen den Neuperlachern den ersten Sieg gegen die Bayern-Amateure seit der Neugründung 2001. Holger Seitz und seine Truppe müssen dagegen weiter auf den ersten Dreier der neuen Saison warten. Warten auf das erste Tor der neuen Saison. Sowohl die Spielveränderung Ansbach 0 zu 0 in Buchbach als auch das kleine Kleeblatt 0 zu 3 gegen Hauptstadt wollen heute den Bock umstoßen und am besten dazu vor knapp 900 Zuschauern im Xaverbert-Sportpark gleich auch noch den ersten Dreier feiern. Nach der Verabschiedung des langjährigen verdienten Spielers Sebastian Stolz legen beide einen sehr muntren Beginn hin. Ansbach übrigens ganz in grün und bereits nach zwei Minuten hat Pepe Bregner relativ freie Bahn. Ben Schlicke bringt ihn dann allerdings etwas ins Stolpern. Und so schnappt sich Semir Kaimakci die Kugel. Auf der anderen Seite zwirbelt Daniel Adlung einen Freistoß auf den Kopf von Ricky Bornstein, der allerdings das Visier noch nicht richtig eingestellt hat. In der zwölften Minute bekommt auch Ansbach einen Freistoß zugesprochen. Der Versuch von Daniel Scheelhorn wird noch leicht abgefälscht. Kaimakci muss da ran. Doch die Vierter unterstrichen schon auch, dass sie Wiedergutmachung für die Auftaktpleite leisten wollten und bekamen überraschende Unterstützung von Hausernkeeper Sebastian Haidt. Völlig missglückter Aufbaupass von ihm. Sebastian Müller ist dran. Ball springt zu Bornstein, der lässig einschiebt zum 0 zu 1 nach 19 Minuten. Dieser Gegentreffer wurmte die 0-9er natürlich, sie erhöhten die Schlagzahl. Jonas Bayerlein nimmt eine Ecke direkt, Kaimakci aber auf den Posten. Kurz darauf wieder führt das Torwart im Blickpunkt. Tolle Parade gegen den Distanzschuss von Rico Manz. Danach wurde es ein bisschen ruhiger bis zur 37. Minute. Da hat im Anschluss an einer Ecke urplötzlich Patrick Götzelmann im Ansbacher Strafraum ziemlich viel Platz und weiß diesen auch zu nutzen. Das kleine Krehblatt ist hierhin äußerst effektiv. Doch noch war nicht Pause. Die Gastgeber in der 44. Minute nochmals im Vorwärtsgang. Michael Kleinschrot kommt da zu Fall im Duell mit Olva Fobersam-Naveh und Schiri Stefan Treiber entscheidet umgehend auf Strafstoß. Eine Sache für Erik Weger. Kompromisslos, würde ich mal sagen. Fast direkt mit dem Halbzeitpfiff, also der Anschlusstreffen. Die erste Szene des zweiten Abschnitts gehörte dann jedoch den Gästen. Ein Freistoß von Kapitän Fabian Baumgärtel küsst nur den Außenpfosten. Auf der anderen Seite packt dann allerdings Bayerlein diesen Traumpass auf den Startner Niklas Seefried aus. Tolle Ball an und Mitnahme und auch der Abschluss 1a aus 0 zu 2 macht 2 zu 2. Ansbach nach 55 Minuten wieder im Geschäft. Fürth natürlich mit Wut im Bauch aufgrund des verspielten Vorsprungs, drängte auf die erneute Führung, öffnete damit allerdings auch die Tür für die Konterstarken 0-9er. Seefried hat hier sogar das dritte auf dem Fuß, Kaimachi, jedoch der Retter in der Not. Danach auf beiden Seiten durchaus Ansätze da, allerdings alles nicht zielführend, so wie hier in der 80. Minute beim Konter von Lukas Schmidt. Da hätte man mehr draus machen können. Ein emotionaler Moment der Hausherrn, dann noch drei Minuten Verschluss. Der seit Oktober letzten Jahres verletzte Michael Speer feierte sein Comeback. Einen offensiven Impact hatte dies allerdings nicht, stattdessen nochmals das kleine Kleeblatt. Schön zurückgelegt auf Sandro Reyes Sison, dessen Schuss von Bornstein abgefälscht, nur hauchdünn vorbeirauscht. Und auch die letzte, zeigenswerte Szene gehörte den Gästen einer Ecke, Köpfschlicke in der Nachspielzeit knapp drüber. Endstand also 2 zu 2. Ich bin gewissermaßen zufrieden mit dem, was wir heute gezeigt haben. Wir waren aktiv, wir haben wirklich auch agiert, wir haben den Gegner auch vor Probleme gestellt, so wie gegen den Ball, auch mit dem Ball. Das ist definitiv Steigerung gegenüber letzten Samstag. Und wenn es weiter so geht, dann freue ich mich auf die nächsten Wochen. Ich glaube, am Ende haben wir vielleicht am Ticken die besseren Chancen. Aber über 90 Minuten, glaube ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Und ein Stück weit können auch beide mit dem Punkt heute leben. Zweites Remis für die Spielvereinigung Ansbach, das sich diesmal allerdings fast nach einem Sieg anfügt. Fürth zwar mit dem ersten Zähler, aber da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Ein Erdinger, bitte. Stopp! Hey, vergiss nicht das Beste. Nicht gerade mit einem Paukenschlag sind die Viktoria aus Aschaffenburg und der TSV Buchbach in die neue Saison gestartet. Doch auch wenn es für beide Teams zum Auftakt jeweils nur zu einer Nullnummer reichte, konnten die beiden neuen Trainer, Simon Goldhammer auf heimischer Seite und Buchbachs Alex Käß mit ihren Debüts durchaus zufrieden sein. Den Punktgewinn vom ersten Spieltag zu vergolden, heißt es also vor 864 Zuschauern am Schönbusch. Und die sahen von Beginn an eine sehr engagierte Heimelf, die sofort das Heft in die Hand nahm und sich auch gleich für die gute Anfangsphase belohnte. Einen Freistoß befördert Hamza Buthakrit mit dem Außenriss über die Linie zum 1 zu 0 nach nur vier Minuten. Die frühe Führung gab den Hausherren die nötige Sicherheit, das Geschehen in der Folge ziemlich einseitig. Die Hausherren sehr präsent und aktiv und mit einigen Abschlüssen, denen jedoch sowohl Präzision als auch Power fehlten. Buchbach, das ähnlich wie beim 0 zu 0 gegen Ansbach zunächst auf defensive Stabilität bedacht war, brauchte fast eine halbe Stunde, um sich zum ersten Mal dem gegnerischen Tor anzunähern. Der Schuss von Samy Amari jedoch rechtzeitig geblockt. Das aber auch schon die einzige Offensivaktion des TSV in Abschnitt 1, ansonsten fast nur die Viktoria im Vorwärtsgang. Und meist mit schnellem Umschaltspiel wie hier über Lukas Sitter, der dann nur das Außennetz trifft. Überhaupt die Unterfranken sehr variabel, hier setzt sich Roberto Desch mal schön über links durch, doch seine Hereingabe kann Lars Kleiner unter Bedrängnis nicht verwerten. Dann die 38. Minute. Buchbachs Philipp Walter unterbindet zunächst einen Konter, ist aber mit dem Pfiff von Schiedsrichter Felix Grund überhaupt nicht einverstanden und sieht dann wegen Meckerns gelb-rot. Damit erweist der Routinier seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst. Die Oberbayern also mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl. So richtig anzumerken war das dem Spiel zunächst allerdings nicht. Aschaffenburg zwar weiterhin spielbestimmend, aber im letzten Drittel ohne die nötige Durchschlagskraft. Der TSV setzte dagegen nach dem Seitenwechsel vornehmlich auf Standards. So richtig gefährlich wurde es jedoch nicht. Dennoch Kompliment an die Gäste, die nun Morgenluft schnupperten und sich etwas mehr aus ihrem Schneckenhaus heraustrauten. Amari zielt hier nur knapp am Tor vorbei. Und auch defensiv hielt Buchbach mit viel Kampf dagegen und stemmte sich weiter erfolgreich gegen die anrennenden Gastgeber. Keeper Felix Junghahn konnte sich über zu wenig Beschäftigung sicherlich nicht beschweren. Dennoch schaffte es die Viktoria trotz klarer Überlegenheit nicht, die immer größer werdenden Räume mit einem Mann mehr auszunutzen und vergab eine Reihe von guten Kontermöglichkeiten teils kläglich. Erst in der 89. Minute sorgte der von Eintracht Frankfurt gekommene Kleiner mit dem 2 zu 0 für die Erlösung. Mit seinem ersten Regionalligator macht der 18-Jährige den Deckel auf diese einseitige, aber lange offene Partie. Wir wussten, was auf uns zukommt, dass Buchbach mit Sicherheit ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird, dass es sehr körperbetont wird, dass es sehr intensiv wird. Da haben wir uns drauf eingestellt. Aber ich kann der Mannschaft natürlich an der Stelle nur ein Riesenkompliment machen, was wir heute alles wieder wegverteidigt haben. Wir haben ja wieder die Null gehalten. Wir waren natürlich auch in Überzahl. Das spielt natürlich auch noch ein Stück weit in die Karten. Ich muss natürlich auch sagen, dass Buchbach nie aufgesteckt hat, eine wahnsinnige Moral in der Truppe hat und immer wieder alles versucht hat, immer wieder daran geglaubt hat. Wir hatten die eine oder andere Situation nach vorne, wo wir vielleicht früher den Deckel drauf machen können. Aber unterm Strich, glaube ich, ein verdienter Heimsieg und bin natürlich sehr zufrieden, dass wir wieder die Null gehalten haben und unsere ersten Tore erzielt haben. Ich denke, es waren zwei Knackpunkte aus meiner Sicht im Spiel. Der erste Knackpunkt ist die Anfangsphase, wo wir immer einen Schritt zu spät waren, die ersten zehn Minuten, wo aus meiner Sicht folgerichtig auch das Tor fällt. Und dann der zweite Knackpunkt ist natürlich die gelb-rote Karte für den Philipp Walter, wo aus meiner Sicht dem Schiedsrichter jegliches Fingerspitzengefühl abgeht. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir den Spirits von der zweiten Halbzeit beibehalten, dass wir dann nächste Woche in Schweinfurt uns in Form von Punkten belohnen. Aschaffenburg feiert also einen trotz langer Überzahl sehr mühevollen 2-0-Arbeitssieg. Bei beiden Teams steht somit nach zwei Spielen weiter die Null. Bei Aschaffenburg hinten, bei Buchbach vorne. Heimpremiere unterm Regenbogen für den Regionalliga-Rückkehrer FC Memmingen. Die Schwaben empfangen die U23 des 1. FC Nürnberg vor der staatlichen Kulisse von 1.228 Zuschauern und wollen nach dem 0-0 gegen Vizemeister Würzburg gleich das nächste Spitzenteam der vergangenen Saison ärgern. Die jungen Klubberer in Weiß vermasselten den Saisonauftakt beim spektakulären 3-5 gegen 14 gehörig. Vor allem defensiv muss die Truppe von Neutrainer Andreas Wolf also eine Reaktion zeigen. Vorne fehlt den Mittelfranken übrigens auch noch Golgetter Leonardo Wonic, der zum Drittligisten Rot-Weiß Essen gewechselt ist. Die Zeichen für eine erneute Memminger Überraschung standen also gar nicht so schlecht. Ein Gewitter vor Spielwegen bremste aber erst einmal beide Teams noch aus. Nach 35 Minuten warten ging es dann aber endlich los und wie. Nach nur wenigen Sekunden gleich der erste Abschluss der Partie. Beim Schuss von Fabian Lutz ist FCN-Keeper Nicolas Ortegl aber zur Stelle. Danach merkte man aber schon beiden Teams die unfreiwillige Pause vor Beginn an. Spielfluss kam in der Anfangsviertelstunde überhaupt nicht auf. In der 18. Minute dann aber mal Nürnberg im Vorwärtsgang. Pedro Muteba rauscht da über links in Richtung Memminger Tor, bekommt von der Heimelf eigentlich nur Begleitschutz und schiebt die Kugel dann trocken ins lange Eck. Starke Einzelaktion des 20-Jährigen. Der Führungstreffer gab den Gästen dann Sicherheit in ihrem Spiel. In der Folge dominierte der Klubnachwuchs nach Belieben. Jean-René Agaianjan und Muteba im Nachschuss schnupperten nach einer halben Stunde schon am zweiten Treffer des Tages. Dieser sollte dann wenig später auch gelingen. Etwas unkonventionelle Kombination da der Klub-Jangsters, an deren Ende wieder Muteba an den Ball kommt und die Kugel dann von der Strafraumgrenze unhaltbar ins Kreuzeck drischt. Doppelpack also für den Nürnberger. Das 0 zu 2 dann auch gleich der Halbzeitstand. Memmingen seit dem frühen Rückstand ohne nennenswerte Chance. Das änderte sich dann aber in Durchgang 2. Die Hausherren kamen viel frischer aus der Kabine und hatten ein paar gute Gelegenheiten. Die letzte Konsequenz ließen die Schwaben aber vor dem Tor vermissen. Nach gut einer Stunde dann Pascal Mayer mit der besten Memminger Gelegenheit. Doch auch dieser Abschluss findet nicht den Weg ins FCN-Gehäuse. Genau in dieser starken Phase der Hausherren dann der erste nennenswerte Nürnberger Angriff im zweiten Durchgang. Agaianjan spaziert da mutterseelen alleine in den Memminger Strafraum und verwandelt dann trocken ins lange Eck zum 3 zu 0. Der nächste Nackenschlag also für den Aufsteiger, der sich aber zu keinem Zeitpunkt der Partie aufgab. Wirklich gefährlich wurde es aber lange Zeit nicht. Die Nürnberger Hintermannschaft machte sich das Leben eigentlich nur selbst schwer. Die Hausherren kamen dann auch in der Schlussphase nur zu ein paar Halbchancen. Die beste entschärfte Ort Hegel in der 81. Minute souverän. Und so feiert der FCN-Nachwuchs einen verdienten 3 zu 0 Erfolg in Memmingen. Ja, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich es gut. Wir waren sehr gut im Spiel, hatten alles im Griff. Ich glaube, Memmingen hatte einen Torschuss auf unser Tor gehabt. Wir gehen verdient mit 2 zu 0 in die Pause. Und es war klar, dass Memmingen dann ein bisschen mehr Druck machen wird. Anfangs konnten wir nicht so in die Zweikämpfe kommen. Aber wir haben es einmal richtig gut rausgespielt, das Dritte zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und am Ende haben wir es dann gut verteidigt. Ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir wussten, dass wir auf eine sehr spielstarke, junge Mannschaft neu zusammengewürfelt treffen. Wollten eher ein bisschen zögerlich abwarten, spielen. Sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Hatten dann, schon nach 24 Sekunden, glaube ich, die erste Torschuss. Und kriegen eigentlich mit der ersten Chance vom Gegner dann aus heiterem Himmel das 1 zu 0. Und das hat dann schon ein bisschen wehgetan. Wir haben gesehen, danach hatten wir Probleme, wieder ein Spiel zurückzufinden. Wir haben immer Probleme gehabt mit ihrem schnellen Umschaltspiel, auch mit der Geschwindigkeit über Außen. Die U23 des 1. FC Nürnberg korrigiert also den Ausrutscher gegen Vilsing gleich am nächsten Spieltag und fährt den ersten Sieg der Saison ein. Für Aufsteiger Memmingen gab es dagegen bei seiner Heimpremiere nichts zu holen. Wiedergutmachung für die überraschende 0-1-Auftakt-Pleite bei Aufsteiger Bamberg steht für den FAU Lötissen vor gut 400 Zuschauern auf der Agenda. Obwohl Coach Holger Bachtal ein paar Personalprobleme plagen, kann er gegen Wackerburghausen die gleiche Startelfie zuletzt ins Rennen schicken. Die Salzachstädter in Weiß und Schwarz reisen ihrerseits nach dem 3 zu 3 gegen die Bahnamateure. Mit breiter Brust an müssen allerdings einige Monate lang auf den verletzten Neuzugang Sebastian Niedermeyer verzichten. Nach der branchenüblichen Abtastphase zogen die Hausern als erstes die Zügel an. Fulminanter Pass in der 11. Minute von Gökal Kielitsch auf Kevin Friesorger, dessen Versuch fällt allerdings zu schwach aus. 60 Sekunden später wieder die Föhlenstädter, perfekte Flanke von Jannik Lessing auf Daniele Gabriele, aber auch hier zu wenig Druck hinter seinem Kopfball. Druckhausen hielt aber grundsätzlich schon energisch dagegen und profitiert wenig später von einem kapitalen Fehlpass von Neuzugang Niklas Jeck. Felix Bach schmied gedankenschnell, aber wie die beiden FVIler zuvor ebenfalls mit zu wenig Schmackes. Das gefährlichere Team jedoch war weiterhin Illertissen. Nach einem weiten Abschlag setzt sich Lessing durch, dann jedoch eine Mischung aus Schuss und Flanke, letztlich ungefährlich. Nach gut einer halben Stunde wieder die Nummer 7 der Hausern, er vertändelt nach tollem Steckpass von Gabriele, allerdings diese aussichtsreiche Situation. Dann die 32. Minute, der nächste vielversprechende Angriff der Gastgeber, Jeck mit einem Idealpass für Marco Mannhardt und der bleibt alleine von Markus Schöller cool. Verdiente Führung für den FVI zu diesem Zeitpunkt. Doch Wacker holte gegen die Bayern sogar ein 0 zu 2 auf und war auch hier nicht um eine Antwort verlegen. Bachschmied erwischt eine Ecke in der 37. Minute am kurzen Pfosten als erster und macht den fast postwendenden Ausgleich. Der Gäste nun sogar mit Oberwasser. Thomas Winkelbauer, dreifach Torschütze gegen die Bayern. In der Nachspielzeit scharf rein auf Edin Hiseni, da fehlte nicht allzu viel. Durchgang 2 begann zunächst ausgeglichen. Die erste Chance bot sich den Hausern als Friesorger, da die Kugel im Anschluss an eine ungenügend abgewehrte Ecke mit vollem Risiko nimmt, das Tor jedoch klar verfehlt. Die Oberbahn jetzt allerdings deutlich gefährlicher als über weite Strecken des ersten Abschnitts. Ein Schuss von Kenneth Siegel, der für Niedermacher in die Startelf rotierte, wird da geblockt. Wenig später hat er sogar noch viel mehr Platz über rechts. Der Abschluss verrutscht ihm allerdings total. Überhaupt, Burghausen, zunehmend Chef im Ring, hielt körperlich voll dagegen und fuhr einige gefährliche Konter. In der 70. Minute landet die Kugel nach einem vielversprechenden Angriff und reichlich Tohuwabohu zuvor im Hausernstrafraum, dann auch tatsächlich im Netz. Winkelbauer stand jedoch im Abseits. Vom FVI in dieser Phase nicht viel zu sehen, lediglich dieser Kopfball von Jeck sorgte nochmals für etwas Aufregung. Und so hatten sich alle eigentlich schon mehr oder minder auf eine Punkteteilung eingestellt. Da hat urplötzlich der eingewechselte Natsuhiko Watanabe jede Menge Platz im Gäste-Strafraum. Schöller rettet aber nicht gut genug, Chance nämlich noch nicht vorbei. Joker Liam Omore mit ganz viel Übersicht bedient den ebenfalls eingewechselten Hannes Pöschl und der macht in der 89. Minute tatsächlich das 2 zu 1 für den FVI. Hat es sich ehrlich gesagt nicht wirklich angedeutet. Noch war aber nicht Schluss. Burghausen mit wütenden Angriffen und in der dritten Minute der Nachspielzeit haben sie schon den Torjubel auf den Lippen. Hiseni vor Thiel am Ball, aber Friesorga mit einer Monsterrettungstat. Die drei Punkte blieben in Illertissen. Ich glaube, die Mannschaft hat von Anfang an sehr gut ins Spiel gefunden. Fußballerisch war wir sehr dominant. Hätten vielleicht schon früher das Führungstor für uns erzielen müssen, was uns dann im Laufe der ersten Halbzeit mit einem sehr, sehr schönen Spielzug gelungen ist. Und leider Gottes haben wir dann durch eine einfache Standardsituation es nicht geschafft, das Tor zu verteidigen. Und das zweite Halbzeit war so ein bisschen der Spielfluss dahin. Wir konnten bei eigenem Ballbesitz nicht mehr so diese Klarheit in unser Spiel bekommen. Gegen den Ball haben wir auch die eine oder andere Situation nicht ganz sauber verteidigt. Und die Mannschaft hat trotzdem an sich geglaubt. Und hinten raus haben wir heute das Quäntchen auf unserer Seite gehabt, das uns letzte Woche ein Stück weit gefehlt hat. Ja, also Illertissen hat besser angefangen. Wir gehen auch verdient zur Führung 1-0. Wir kämpfen uns aber zurück im Spiel und gehen ins 1-1, in der ersten Halbzeit. Instand 1-1 bis zur 89. Minute, dann haben wir vier goldene Chancen. Goldene Chancen, wir haben das Spiel im Griff. Und das ist extrem bitter, dann einen auf die Fresse zu bekommen am 89. Nachdem, dann natürlich, haben wir noch eine Chance, wo die Räte noch mal auf die Linie sind. So insgesamt, es tut schon wehr, auch für meine Jungs, weil die haben alles gegeben heute. Der VL Tissen fährt am Ende einen durchaus etwas glücklichen ersten Saisonsieg. Burghausen hätte hier sicherlich mindestens einen Zähler verdient gehabt, muss am Ende aber die Heimreise mit leeren Händen antreten. Lieber Hauptstadt gegen Bamberg treffen auch in diesem gelb-schwarzen Duell vor knapp 1500 Fans am Hutgarten zwei Sieger des Auftaktspieltags aufeinander. Die DJK Filzing lieferte dabei richtig Spektakel. Unter anderem gelang Max Putz ein Torwart-Tor beim 5-2-3 in Nürnberg. Spielerisch eher noch auf Sparflamme lief das 1-0 des Drittliga-Absteigers bei Reut gegen Schalding. Allerdings werden die Wagner-Städter in Weiß von zahlreichen Fans unter dem Motto Strand-Outfit in die Oberpfalz begleitet. Nach dem Beginn dieses Spiels eine heiße Geschichte. Neuzugang Elia Hertel köpft nach nur zwei Minuten die Kugel knapp drüber. Im direkten Gegenzug meldet sich aber auch die Altstadt zu Wort. Schöner Angriff über links, Marco Stefanl mit Platz und dem Auge für Christoph Fenninger. Via Innenforsten erzielt der 28-Jährige das ganz frühe 0-1 nach drei Minuten. Danach brauchte die DJK einige Zeigumdrehungen, um diesen Schock zu verdauen. Bekam nach 17 Minuten allerdings seinen Freistoß zugesprochen. Der kommt gefährlich. Die Oberfranken können nicht entscheidend klären. Stattdessen legt Jim Patrick Müller klug zurück auf Fabian Treppenbach. Und der trifft präzise links unten zum 1-1-Ausgleich. Mit diesem Tor kippte das Momentum nun komplett auf die heimische Seite. Vor allem über rechts und den umtriebigen Tobias Hoch entstand immer wieder Gefahr. Nach gut einer halben Stunde war es dann allerdings Marco Pledl. Der butterweich flankt auf Andreas Jünger. Der Gollgetter visiert aber nur das Außennetz an. Filzing jetzt klar Chef im Ring. Bei Reut nur noch am Reagieren. Und in der 35. Minute war es soweit. Wieder Treppenbach und wieder ist es fast eine Kopie des ersten Filzinger Treffers. Vier Minuten später läuft der nächste Angriff der Hausjärm. Jünger lässt das Manfred-Zollner-Stadion erneut erbeben. Aber zu früh gefreut, der im Abseits stehende Pledl soll noch dran gewesen sein. Glück für die Gäste, dass es also nicht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause ging. Ein Dreifachwechsel sollte Besserung bringen. Und tat es auch, auch wenn die erste Chance erneut Filzing gehörte. Bis hierhin war es aber noch nicht der Tag von Jünger. Auf der Gegenseite dann aber nach 53 Minuten das erste offensive Lebenszeichen der Altstadt. Nach langer Zeit, der Versuch des früh für den verletzten Torschützen Fenninger eingewechselten Trainersohns Jakob Mintal, wird noch entscheidend abgefälscht von Herd. Bei Reut jetzt mit einer richtig guten Phase schnürte die Gasgeber regelrecht einen Putz, wischte einen Kopfball von Kapitän Edwin Schwarz mit einem Megareflex noch an den Querball. In der 56. Minute wäre er dann allerdings wohl machtlos gewesen, wieder Schwarz. Aber diesmal trifft er den Kopfball nicht voll. Danach gelangt es der DJK, aber das Geschehen wieder etwas zu beruhigen. Die Spielvereinigung zwar weiter spielbestimmend, allerdings nun ohne größere Torgefahr. Bis zur 78. Minute. Da kommt ein weiter Ball zum eingewechselten Fabio Pirner. Der zieht an Martin Tiefenbrunner vorbei, verfehlt allerdings dann den Kasten von Putz recht deutlich. Die Zeit wurde nun immer mehr zu einem Faktor. Für die Oberfranken und den eingangs der zweiten Hälfte gedrückten Powerknopf fanden sie dann auch nicht mehr so wirklich. Trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit schaukelten die Hausern das 2 zu 1 relativ problemlos über die Zeit. Sensationeller Heimsieg gegen Bayreuth. Ich glaube die ersten fünf bis zehn Minuten haben wir etwas Schwierigkeiten gehabt. Da ist der Gegner mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Da haben wir absolut keinen Zugriff gehabt. Aber dann, was wir dann in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war, wie schon gesagt, sensationell. Da haben wir hochverdient 2 zu 1 geführt. Im Gegenteil, mir hätten wir noch das dritte oder vierte Tor schießen können, wenn nicht sogar müssen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gewusst, dass Bayreuth natürlich kommen wird und dass die extreme Qualität haben. Wir haben in zwei, drei Aktionen Glück gehabt und wieder einmal einen überragenden Torhüter. Wir haben sehr gut angefangen. Dann machst du 1 zu 0. Und nach dieser 1 zu 0, wir haben einfach verloren. Komplettes Spiel. Wir haben das Spiel verschenkt. Klar, Vilsing hat zwei Tore gemacht. Und gehst du in Halbzeit. Zweite Halbzeit war wieder Mannschaft. Draußen, welche hat das gezeigt, was die Mannschaft kann. Wir haben echt gut gespielt. Wir haben ein paar sehr gute Möglichkeiten gehabt. Aber Fußball dauert 90 Minuten plus. Wir haben leider heute nicht 90 Minuten so gut funktioniert, wie wir das wollen. Der DJK Vilsing gelingt also nach dem Auftaktziege Nürnberg der nächste Überraschungskuh gegen Drittliga-Absteiger Bayreuth, der aufgrund zahlreicher Zu- und Abgänge derzeit offenbar noch mitten in der Findungsphase steckt. Wie gewohnt jetzt noch mal in Ruhe die gesammelten Ergebnisse des zweiten Spieltags. Hauptstart hat diesen eröffnet mit einem 2 zu 0 gegen Bamberg und hält sich damit weiter schadlos. Erste Siege feiern die Kickers in Augsburg und Tückgücü bei den Ersatzgeschwächten Bayern. Ansbach und Fürth teilen die Punkte, erschaffen Burgenüberzahl mit einem Arbeitssieg gegen Buchbach. Nürnberg korrigiert den Auftaktausrutscher in Memmingen und zum Abschluss zwei 2-2 Heimerfolge am Samstag für Illertisten gegen Burghausen und Vilsing gegen Bayreuth. Die Partie Schalding gegen Schweinfurt wurde abgesagt, weil die Gäste bei der Anreise im Stau standen. Die Tabelle natürlich auch nach dem zweiten Spieltag noch wenig aussagekräftig. Hauptstart und Vilsing dennoch mit einem Top-Start und der Optimal-Ausbeute von sechs Zählern. Dahinter die hochgehandelten Tückgücü München und Aschaffenburg sowie Top-Favorit Würzburg. Nürnberg und Illertisten mixen den ersten Siegen, Bayreuth und Bamberg kassieren dagegen die ersten Niederlage. Tablo 2 wird angeführt von Ansbach, der einzigen Mannschaft mit zwei Remis zum Auftakt. Dahinter ein ganzer Kulker an Teams mit je einem Punkt und ganz am Ende Aufsteiger SV Schalding-Heining, dessen Spiel ja ins Wasser gefallen war. Das kann sich nächste Woche aber schon wieder ändern, wenn die Niederbayern Vilsing zu einem Ost-Bayern-Duell empfangen. Primus-Aubstadt muss nach Burghausen und das Topspiel steigt am Dallenberg, wo die Kickers die Bayern-Amateure empfangen. Also auch nächste Woche wieder einschalten. Servus, bis dahin.